Ich denke, in der Teilzeit habe ich sie mit den Karten gespielt. Wenn man da so sehen kann, sind sie beide hier ein. Wenn man da so viel reinkommt, dann habe ich sie mit den Karten gespielt und dann schieße ich die Saft und dann schieße ich die Saft und dann schieße ich den Saft. Vielen Dank.